Und das Mädel hat auf dem Herzen eines dieser Songs von dieser Gruppe, hat sie eine Choreografie geschrieben und wollte diesen Jungs diesen Tanz vortanzen. Die Männer waren sich nicht ganz sicher, ob das eine wirklich gute Idee ist, aber weil irgendwie sah das aus, als wenn das Mädchen das auf dem Herzen hatte. Sie schauen zu und während sie zuschauen, sagt Laureen, die Mutter, meine Tochter ist kurz vorm Sterben. Sie hat Lungenkrebs, es gibt keine Therapie mehr seit drei Jahren, wird sie therapiert, sie ist austherapiert. Aber es war ihr unglaublich wichtig, euch zu sagen, dass dieses Lied, Gott anzubeten, ihr so auf der Seele liegt. Mark Hall sagt, dass es einer der berührendsten Momente seines Lebens war und er ging nach Hause mit seiner ganzen Truppe und sie blieben in Kontakt mit dieser Familie. Im 1. November 2004 ist Erin gestorben und die Mutter, Laureen, hat das aufgeschrieben. Und sie schreibt von diesem Moment, wie dieses Mädel in dieser letzten Phase ihres Lebens vom Krebs gezeichnet eine einzige Sache jeden Tag macht. Sie versucht mit aller Kraft, wenigstens eine halbe Stunde Gott anzubeten in Lobliedern. Sie stirbt. Und die Mutter schreibt Folgendes. Sie schreibt, Ich weiß, Gott hat einen Plan und einen Zweck und ein Ziel mit unserem Leben. Ich verstehe ihn oft nicht, aber ich danke ihm dafür, dass wir Erin haben durften und dass er uns als Familie auserwählt hat, um ihm zu dienen. Ich habe darüber nachgedacht, wie das so geht, wenn du Gott versuchst anzubeten im Sturm. Wenn du versuchst, Gott zu loben, wenn es richtig, richtig knüppelhart kommt. Die Erfahrung, die wir alle machen, ist, Gott danke zu sagen, wenn alles super läuft, wenn du gerade oben auf der absoluten Spitze deines Erfolgsberges bist. Das fällt uns relativ einfach. Dann denken wir auch, Gott ist ja auf unserer Seite, was kann schon schief gehen, oder? Was ist, wenn du durch das dunkle Tal musst und du den Eindruck hast, Gott hat Urlaub gemacht? Oder er ist irgendwie nicht da? Oder er hat gerade keine Sprechstunde? Oder du bist irgendwie so blöd, dass du irgendwie nicht mitkriegst, dass es ihn überhaupt gibt? Und du fragst dich, wo ist Gott geblieben? Was holt dich aus deiner Grube, wenn nichts anderes mehr funktioniert? Was holt dich aus dem tiefsten Loch, in das du fallen kannst, wenn niemand mehr da ist? Was holt dich raus? Wie funktioniert der Fahrstuhl, der dich trotzdem rausholt? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Und ich höre das immer wieder sagen, dass Leute zu mir sagen, Herr Pastor, was ist denn, wenn es richtig knüppelhart ist? Wieso ist Gott denn nicht so, dass er es einfach in unserem Leben locker laufen lässt? Dass es einfach immer vor sich hinläuft und alles ist cool und alles ist gut. Dann hätten wir doch alle wirklich Grund, Gott zu loben, oder? Leute, ganz ehrlich, Deutschland geht es so gut wie fast keinem anderen Land in der Welt. Überall bricht die Ökonomie mehr oder weniger stark zusammen, bei uns in Deutschland nicht. Erlebst du, dass Deutschland auf die Straße rennt, die Arme hochreißt und sagt, Halleluja, danke Gott, dass es uns so gut geht? Nein, es passiert nicht. Leute, ganz offensichtlich scheint das kein Automatismus zu sein. Nur weil es uns gut geht, lernen wir Gott anzubeten. Deswegen gibt es auch keinen Automatismus, nur weil es Leuten schlecht geht, müssen sie nicht beten lernen. Das stimmt nicht. Aber wenn du was entdecken willst, was dich richtig weiterbringt, dann ist es zu entdecken, wie gebe ich Gott Lob, wenn ich richtig durchs dunkle Tal gehe. Das ist das Geheimnis. Und auf die Frage, wieso lässt Gott das zu, gibt es eine erschreckend simple Antwort. Stell dir vor, du hättest ein kleines Kind. Du bist ein Papa und du hast ein kleines Mädchen bekommen. Und dieses Mädel ist dein Augenstern, ist dein Sonnenschein. Und weil du ein Papa bist, möchtest du gerne, dass dieses Kind nie irgendwas Böses erlebt. Also was machst du als kluger Papa? Papa, du kaufst dir diese komischen Tragesäcke, kennt ihr die? Diese Kängurusäcke, die man hinten aufbindet anstatt vorne. So, du hast dir so einen komischen Kängurusack gekauft. Und da packst du dein kleines Mädchen rein. Weil was möchtest du nicht? Du möchtest nicht, dass ihr was passiert. Du möchtest nicht, dass sie sich irgendwie die Knie aufschrammt. Du möchtest nicht, dass irgendein böser Mann ihr irgendwas tut. Also nimmst du als Papa die Herausforderung und du trägst sie hin, wo immer du kannst. Hey, du bist ein cooler Papa. Und solange deine kleine Tochter ein halbes Jahr halt ist, ist es auch kein Problem. Nur als sie 15 wird, merkst du, das tut im Rücken weh. Und als sie 25 geworden ist, denkst du, ich sollte irgendwas anderes machen. Mit 35 stellst du fest, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Sie hat sich zwar noch nie die Knie aufgeschlagen, aber ehrlicherweise kann sie gar nicht selber laufen. Was hast du irgendwie vor lauter Vaterliebe falsch gemacht? Du hast vergessen, dass es zum Wachsen und zum Leben gehört, dass wir uns Herausforderungen stellen müssen. Du hast vergessen, ihr beizubringen, wie man läuft. Du hast vergessen, dass zum Laufen, das Hinfallen und Wiederaufstehen dazugehört. Du hast vergessen, ihr klarzumachen, das Leben, was mit Entwicklung und mit Hinfallen und Wiederaufstehen und Hinfallen und Wiederaufstehen zu tun hat. Und am Ende hast du deiner kleinen Tochter keinen Gefallen getan, sondern du hast sie zum Krüppel gemacht. Und weil Gott dich nicht zum Krüppel machen will, lässt er Herausforderungen in deinem Leben zu. Lässt er Schübe des Wachstums zu. Lässt er zu, dass die Dinge nicht einfach immer nur toll laufen, sondern du tatsächlich auch lernst, in deinem Charakter zu wachsen. Und wir wachsen mit Herausforderungen. Stimmt's. Das ist der Grund, warum Gott nicht automatisch immer nur alles glatt laufen lässt. Sondern er lehrt dich etwas. Und er nimmt dich mit rein in seinen Plan. Und er will, dass du am Ende eine starke Persönlichkeit bist. Das ist der Grund, warum Gott uns dieses Geheimnis von Lobpreis entdecken lässt. Übrigens, liebe Freunde, das hat mich aufgebaut. Was werden wir irgendwann im Himmel machen? Interessanterweise nicht jammern und meckern. Das haben wir auf der Erde gelernt. Aber komischerweise brauchst du das nicht lernen, weil das brauchst du nachher nicht mehr. Und eine Sache, die habe ich in der Schule gelernt. Ich habe mich immer geärgert, dass man so viel Zeug lernen muss, das man nachher nicht braucht. Und Gott ist clever und sagt dir von vornherein, gewöhn dir das Meckern und Jammern nicht an. Du brauchst es nachher nicht mehr. Im Himmel gibt es das nämlich alles nicht. Sondern im Himmel gibt es eine einzige Geschichte. Und die nennt man Lobpreis. Lobpreis bedeutet, du schaust von dir selber weg und schaust den an, für den alle Dinge möglich sind. Und Gott hat das gesagt. Hey, hast du die Psalmen gelesen? Psalm ist dieses Liederbuch in der Bibel. Und da steht ein ganz cooles Lied drin. Das ist ganz am Ende allerdings. Also du musst dich schon bis zu 150 durchrauben. Wenn du vorne stehen bleibst, kommt das noch nicht. Aber 150, da kommt es. Da heißt es, alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Solltest du jemand sein, der ab und zu atmet, auch wenn du als Kiemenatmer geboren wurdest, ja. Völlig egal. Aber solltest du atmen können, hast du eine von Gott gegebene Verpflichtung. Lobe den Herrn. Alles, was Atem hat. Die Bibel redet sogar davon, dass die Bäume Gott anbeten. Das ist logisch, die atmen. Ganz klar. Wurde mir plötzlich klar, warum das so ist, ja. Ganz logisch. Die atmen, also loben sie auf den Herrn. Du kannst atmen. Also was solltest du tun? Lobe den Herrn. Die Frage ist ja, wann soll ich das machen? Manche Leute sagen, hey, wenn es mir gut geht, ja. Der Sechser im Lotto, den die meisten sowieso nie bekommen. Du könntest damit nicht umgehen, deswegen ist Gott beim Herzig und gibt ihn dir gar nicht erst. Das würde den Charakter total verderben. So, Gott gibt es dir das, was du brauchst. Dann sagst du, oh, deswegen habe ich den Ehepartner. Ja, genau, jetzt hast du es verstanden, ja. Und weißt du, wie es besser wird, wenn du einen gefängst dafür zu loben? Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Wann sollst du loben? Ich habe das gefunden. Im Psalm 34 steht das. Da steht, sein Lob soll alle Zeit in meinem Mund sein. Sein Lob soll wie oft in meinem Mund sein? Alle Zeit. Wann ist denn alle Zeit? Jetzt. Immer. Wann immer es kommt, fang an Gott zu loben. Das steht nicht, wenn du dich gut fühlst, dann würdest du nie loben. Da steht auch nicht, wenn du gut aussiehst, da brauchen einige gar nicht erst anfangen. Da steht alles nicht, sondern da steht immer da. Halleluja. Hör mal. Ich komme manchmal in Häuser vorbei und dann ist der Spiegel abgehängt. Aber selbst die haben einen Grund zu loben, ja. Dafür, dass wir einen Laken gefunden haben. Nein, also jetzt, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Das bedeutet auch, dann zu loben, wenn es nicht gut läuft. Weil Gott ist derselbe oben auf dem Berg, genauso wie im Tal, stimmt's? Er ändert sich nie. Er ist derjenige, der im Sturm genauso da ist, wie wenn das Wasser wie ein Spiegel glatt ist. Er ist immer derselbe Herr. Und er kommt und er sagt dir das, lern mich zu loben. Steht übrigens über 500 Mal in der Bibel. Lobe den Herrn. Und du denkst dir, wieso soll ich das machen? Hey Gott, er ist so unglaublich gut, er hat doch meinen Lob nicht nötig. Du hast recht. Er könnte den ganzen Tag sich selber loben. Was machen manche Leute, ne? Ach, bin ich wieder gut heute. Was soll ich machen, ja? Wenn du das machst, hat das relativ wenig Wirkung. Gott hätte das Recht, das zu tun, weil er ist wirklich gewaltig. So, die Frage ist, wieso lehrt Gott uns das und sagt, lobe den Herrn? Wieso sagt Gott das? Weil dahinter eine ganz riesen Wahrheit steht. In dem Augenblick, wo du auf dich selber guckst, bleibst du bei deiner Begrenzung. In dem Augenblick, wo du dich auf Gott konzentrierst, hebst du den Blick weg von dir selber und siehst plötzlich, dass ganz andere Dinge möglich sind. Das ist der Grund, warum Gott dich lehrt, fang an zu loben. Im Psalm steht dieses Riesenwort, im Psalm 50, da heißt es, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg, auf dem Gott ihm seine Rettung zeigen kann. So, wenn du eine Lösung, eine Rettung für dein Leben brauchst, was solltest du tun? Also, anfangen von dir selber wegzugucken und Gottes Größe und Möglichkeit angucken, das führt dazu, dass dein Horizont sich erweitert und du mit einem Mal die Möglichkeiten Gottes vor dir siehst. Solange du auf dich selber fixiert bleibst, bleibst du auf dein Problem fixiert. Das ist so ähnlich wie das Kanickel und die Schlange. Das Kanickel könnte wegrennen, aber was guckt es dummerweise an? Dann, die Schlange, hör auf mich. Na, alle haben schon ein Buch gesehen. Warum verlieren sie gegen K, die blöde Schlange, die ist wirklich blöd? Weil sie sich fixieren lassen. Und wenn du dich von deinem Problem und deiner eigenen Größe und deiner eigenen Schwachheit fixieren lässt, bleibst du in deiner eigenen Kleinheit. Und das ist der Grund, warum Gott sagt, hey, schau weg von dir selber und fang an, die Größe Gottes anzugucken und du bekommst einen lösungsorientierten Denkansatz. Und da will Gott mit dir hin, dass du anfängst, seine Lösung zu sehen. Leute, ganz ehrlich, manche Leute kommen zu mir und erzählen mir, wissen Sie, Herr Pastor, ich bin richtig krank. Und dann sage ich, na und? Das hilft Ihnen doch nicht, oder? Also zu viel Analyse führt am Ende zu Paralyse. Also auf Deutsch, wenn du dich immer nur mit deinem Problem beschäftigst, musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann gelähmt bist. Vor lauter Angst und vor lauter Panik. Das bringt dich doch keinen Meter weiter. Nur das Problem anzugucken und genau zu wissen, warum du ein Problem hast, was hat dich das denn vorwärts gebracht? Hurra, wir haben ein Problem. Wir sind Deutsch, dann fühlen wir uns irgendwie besser. So was Blödes. Das Problem anzugucken, bringt dich doch nicht weiter, sondern die Lösung anzugucken, bringt dich weiter. Und deswegen ist Gott immer an deiner Lösung interessiert. Und deswegen sagt er immer zu dir, hör auf, auf dich selber zu gucken und guck mich an. Sagt meine Frau zu mir übrigens auch immer. Und ich sage dir, das hilft. Es verändert die Perspektive. Und bei Gott ist es genauso. Und du bist gut beraten, wenn du tust, was du sagst. Er sagt dir, fang an, mich anzuschauen. Und plötzlich erweiterst du deine Möglichkeiten. Weil bei Gott sind tatsächlich alle Dinge möglich. Das wirst du nie rauskriegen, wenn du bei dir selber bleibst. Das ist der Grund, warum Gott dich lehrt, zu loben. Und es gibt einen riesen Ansatz in der Bibel und den findest du immer wieder. Da sitzt ein Typ ganz tief drinnen in einer Grube. Da haben ihn ehrlicherweise seine eigenen Brüder reingeworfen. Der Mann heißt Josef. Und Josef weiß, das ist die Todesgrube. Da kommt er alleine nicht raus. Und er weiß auch, dass die Brüder einen einzigen Gedanken haben, ihn fertig zu machen. Wie kommt er raus? Jetzt die Insider unter uns. Also die mindestens schon halbes theologisches Studium hinter sich haben. Im Gottesdienst in der Regel nicht geschlafen haben. Wie kommt er raus? Die Bibel sagt, es zieht ihn Judah raus. Und jetzt die Fachleute unter uns. Außer Magda, die weiß das schon. Was heißt Judah auf Deutsch? Lobpreis. Lobpreis zieht ihn aus der Grube. Hier ist das Geheimnis. Lobpreis zieht dich aus der Grube. Denk nach. Da liegt ein geistliches Prinzip. Und das ist die Ersterwähnung. Und wenn du in der Bibel irgendwas von Ersterwähnung hörst, dann verzieht sich das wie ein Muster durch die Bibel. Als Paulus und Silas um Mitternacht in der dunkelsten Stunde in der tiefsten Kerkerzelle sitzen, ganz unten, im Inneren. Also alle Leute, die sich mal ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen, was war denn damals im innersten Gefängnis? Wenn du in der untersten Zelle im innersten Gefängnis gesessen hast, das war der Ort, wo die ganzen Vikalien runtergelaufen sind. Dann hast du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in der Scheiße gesessen. Da sitzen die beiden angeflockt mit den Füßen und den Händen. Nur, dass du dir die Situation mal vor Augen malst. Da sitzen sie verprügelt. Ihr Rücken ist wirklich platt gehauen. Die Jungs haben richtig Schmerzen. Es ist Mitternacht. Sie sitzen da schon Stunden. Deine Beine schlafen ein. Deine Muskeln sind wie abgestorben. Und du sitzt da unten. Und um dich herum stinkt es bestialisch. Die Racken springen rum. Es ist überhaupt kein Ort, wo du wirklich bleiben solltest. Was machst du, wenn du an der tiefsten Stelle deines Lebens angekommen bist? Apostelgeschichte 16. Wie lautet das Geheimnis? Um Mitternacht aber begannen Paulus und Silas, Gott zu loben und alle Gefangenen hörten das. Als es richtig übel drauf ist, als es so dunkel ist wie nur möglich, als es so tief ist, wie es tiefer nicht gehen kann, begreifen diese beiden Leute plötzlich, wenn wir jetzt den Fahrstuhl nicht zünden, bleiben wir hier unten. Ihr lieben Freunde, das ist der Punkt, den Gott zu dir in deiner Situation sagt. Du kannst in deinem Selbstmitleid bleiben. Du kannst in deiner Notsituation bleiben. Du kannst in deinem inneren Schmerz bleiben. Du kannst in deiner Unversöhntheit bleiben. Du kannst in deiner Bitterkeit bleiben. Und es wird dich da unten lassen. Oder du begreifst, dass Gott gekommen ist und sagt, hey, schau auf mich und beginn eine Sache, die dich rausbringt, die dich rauskatapultiert, wie ein Fahrstuhl aus deiner dunklen Höhle. Und die Bibel sagt, und als sie begannen, den Herrn zu loben, kam ein Erdbeben, die Türen öffnen sich und die Ketten werden gesprengt. Ey, so wohldosiertes Erdbeben habe ich noch nie gehört. Das war Special Punkt Landung, wo immer es nötig tat. Da fällt nicht der Laden zusammen, den flogen nicht die Steine aufs Hirn, sondern es löst sich, was sich lösen muss und es bleibt bestehen, was bestehen bleiben muss. Weil wenn Gott kommt, setzt er dich frei und macht er dich gesund. Das ist der Punkt. Aber was setzt die Gotteskraft in Bewegung? Deine Herzenshaltung des Lobpreises. Dein Jammern lässt dich in der Grube. Dein Loben zieht dich nach oben. Haben unsere alten Leute schon gewusst. Einer meiner Uraltlehrer auf der Bibelschule, ich hieß Reinhard Ulonska, ein Mann, der schon weit über 80 Jahre ist. Er wurde gefragt, wie es ihm im Alter so geht und sein Satz war genial. Er hat gesagt, man lobt sich so durch. Ich habe gedacht, hey, wenn ich mal über 80 bin und mich einer fragt, wie geht es dir und wie machst du es? Und dann der Satz kommt, man lobt sich so durch. Ja, dann habe ich irgendwas verstanden. Was ist dein Weg, wie du aus der Grube rauskommst? David beschreibt das. Ich habe mir das extra angeguckt und du wirst sehen, es ist immer derselbe Sachverhalt. Da steht nämlich, und das finde ich großartig, er sagt im Psalm 40, Gott hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Er hat meine Füße auf Felsen gestellt und meine Schritte festgemacht. Wie kommt's? Pass auf, jetzt geht's los. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobpreis. Wie kommst du aus der Grube? Du musst dich entscheiden, ob du deine Umstände anbeten willst, das nennt man nämlich jammern. Umständeanbetung ist jammern. Ach, geht mir das schon wieder schlecht. Einstein ist tot, Aluf ist tot und mir ist auch schon ganz übel. Und du kannst in diesem Pfarrwasser weitermachen. Aber die Frage ist, wo willst du hin? Wenn du in der Grube bleiben willst, mach es so weiter und niemand wird dich am Ende daran hindern. Nur meckere nicht, wenn deine Knochen irgendwann von irgendwelchen Kojoten geholt werden. Wenn du das nicht willst, solltest du dir überlegen, dass Gott einen anderen Lebensstil für dich hat. Und dieser Lebensstil heißt, fang an ihn anzuschauen. Und wenn du ihn anschaust, verändert sich deine Sichtweise. Und wenn du anfängst, ihn anzubeten, was wir Lobpreis nennen, wird Gott deine Türen öffnen. Das ist Geheimnis. Da sitzt ein Typ in einem Fisch. Wie er da reingekommen ist, weiß ich auch nicht genau. Also die Bibel sagt, wenn man die Jona-Geschichte liest, dass ihn der Fisch verschluckte. Also ich kann mir keinen ekligeren Ort vorstellen. Also in der Magenblase eines Fisches. Und so ein großer Fisch, der einen Mensch verschlucken kann, der kann auch alles Mögliche verschlucken. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal deine Magensäfte angeguckt hast. Also wenn dir mal richtig schlecht ist und du merkst, das geht nicht auf dem natürlichen Weg, sondern es kommt vorne wieder raus. Das ist erstaunlich, wie die Sachen manchmal aussehen danach. Und jetzt stellst du dir vor, darin ruhst du gerade fröhlich. Dann weißt du, dass es Orte gibt, auf die du verzichten kannst. Und der Typ ist da drinnen. Was macht er? Steht in der Bibel. Coole Geschichte. Also wenn du mal so weit bist, dann solltest du dir überlegen, dass du wieder raus willst. Da steht in Jona 2, Abvers 10 und 11. Ich aber will dir Opfer des Lobpreises darbringen mit meiner Stimme. Und der Herr befahl den Fisch und der Spie Jona aus. Das steht hintereinander, Vers 10 und 11. Zuerst überlegt er sich, oh ich glaube, ich sollte mal den Herrn preisen. Und das Ergebnis ist, freier Flug. Freunde, habt ihr jemals die Jona-Geschichte verstanden? Nicht gelesen, sondern verstanden. Da sitzt so ein Typ im Magen eines Fisches. Von den Magensäften fröhlich, kosmetisch aufgebessert. Dann endlich begreift er, wie er rauskommt und fängt an den Herrn zu preisen. Ey, Ninive, ja, damals die größte Stadt und hat 20.000 Leute, sagen die Fachmänner. Die sind da am Strand irgendwie. Mit Mahl kommt der Fisch vorbei. Und ohne, dass sie irgendwas Böses denken, kommt der Kerl angeflogen. Hammer! Hey, und der sah spannend aus. Versuch dir mal vorzustellen, wie du aussiehst, wenn dich Salzsäure fröhlich geadelt hat, ja. So richtig geglättet. Vielleicht sah der ein bisschen grün im Gesicht aus. Aber ich kann dir sagen, als der sagte, ey Jungs, die Welt geht gleich unter. Die haben alle geglaubt, was er gesagt hat. Dass die sich bekehrt haben, glaube ich sofort. Weil das Erlebnis, das war das Erlebnis der dritten und vierten und fünften Art. Alles auf einen Schlag. Wow! Wie kam der Kerl raus? Ganz ehrlich, wie kam er raus? Als er anfing, den Herrn zu preisen. Denk drüber nach. Das ist ein Prinzip Gottes. Wenn du raus willst, aus welcher Grube auch immer, wird dich dein Jammer nicht rausbringen, dein Umstände an Beten nicht rausbringen, deine Bitterkeit nicht rausbringen, deine Warum-Fragen bringen dich nicht raus, aber Lobpreis bringt dich raus. Hochspannend. Lobpreis bringt dich raus. Da gibt es einen Mann in der Bibel, der mich immer wieder erschüttert. Dieser Mann heißt Hiob. Wenn es irgendwen gibt, der richtig böse Zeiten mitgemacht hat, dann Hiob. Als der den schlimmsten Moment seines Lebens erlebt, wo ihm alles verloren zu gehen scheint, was er je hatte, musst du die Reaktion lesen in Hiob 1, Vers 20. Er hat gerade gehört, dass er alles verloren hat, was er irgendwie sein Eigen nennen konnte. Und seine Antwort ist, Das ist das Geheimnis, warum der Mann am Ende doppelt so viel wiederbekam, wie er je verloren hatte. Er hätte auch bei seinem Verlust bleiben können. Aber er wusste, dass der Weg raus aus der Grube über Lobpreis führt. In dem ich beginne, die Möglichkeiten Gottes anzuschauen, in dem ich beginne, die Größe Gottes anzuschauen, in dem ich mich selber wegbringe von meiner Begrenzung und hinschaue auf seine Möglichkeiten. Das bringt dich raus aus egal welcher Lebenssituation. Ich weiß nicht, ob du den Bericht am 19. April 2014 gelesen hast. In der Bild-Zeitung. Richtig großer Artikel. Warum habe ich das gelesen? Weil jemand aus der Gemeinde freundlich war und mir den Artikel vorbeigebracht hat. Und gesagt, Matthias, das musst du lesen. Bild-Zeitung ist nicht so richtig meine Zeitung. Warum habe ich den Artikel gelesen? Weil er mich fasziniert hat. Ein zehnjähriger Junge, Willie Meyer, in Atlanta, spielt vorne im Vorgarten, plötzlich hält ein Auto und er wird gekidnappt. Die Polizei wird eingeschaltet, man sucht den Jungen, man findet ihn nicht. Am Abend bekommt die Familie einen Anruf und sie können ihren Sohn abholen. Was ist passiert? Während der Junge von diesem Mann gekidnappt wurde, ein Mann, der später gefunden wurde, sitzt er in dem Auto und der Mann hat zu ihm gesagt, hey, wenn du irgendwie deinen Mund aufmachst, das ist der letzte Moment deines Lebens. Als er über eine Stunde in diesem Auto sitzt, erinnert sich der Junge an die Sonntagsschule, in die er geht. Und er singt folgendes Lied. Ich lese das aus diesem Bericht vor. Willie Meyer liebte Gospelmusik und in seiner Verzweiflung begann er ein Kirchenlied, Every Praise, zu singen. Der Song brachte die überraschende Wende. Der Entführer stieß den Viertklässler plötzlich aus dem Wagen und fuhr davon. Nachdem der Junge in der fremden Stadt an einigen Haustüren geklopft hatte, ließ ihn ein älterer Mann rein und so weiter und so weiter und so weiter. Das, was in diesem Bericht so unglaublich hammerhart rüberkommt, ist, dass sich die Leute gefragt haben, wieso hat der Entführer ihn freigelassen? Und du und ich, die wir Menschen sind, die ein wenig was von geistlichem Prinzipien verstanden haben, die verstehen, was hier passierte. Was war der Schlüssel, dass der Junge aus seinem Gefängnis freikam? Er öffnete die Tür zum Übernatürlichen, indem er anfing, Gott zu preisen. Das ist das Geheimnis, das Gott dir und mir gibt. Er gibt dir die Möglichkeit, den Teufel regelrecht zu schocken. Weil was ist die normale Reaktion, die man eigentlich bei Menschen erwarten sollte, die gerade richtige Schwierigkeiten haben? Was ist das Normale, wovon wir ausgehen, wenn du mit einem richtig fetten Problem konfrontiert wirst? Was ist unsere normale Reaktion? Die erste Reaktion ist immer, wieso trifft das mich und nicht den Nachbarn? Nicht unbedingt freundlich die Reaktion, aber das ist unsere. Wieso trifft es mich? Das zweite, warum ist das so böse zu mir? Und wir drehen uns in diesem Fahrwasser des Selbstmitleides. Und dann gibt es Leute, die völlig anders reagieren. Und sagen, hey, Problem, wenn du zu mir kommst, legst du dich mit meinem Gott an und nicht mit mir. Und Lobpreis reicht das Problem an die richtige Stelle weiter. Nochmal, Lobpreis reicht das Problem an die richtige Adresse weiter. Das ist das Geheimnis. In meiner Sonntagsschulzeit habe ich mit meinen Kindern ein Lied geübt. Und das ging so, mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig und möglich ist nichts, meinem Gott. Und Eltern, die fromm drauf sind, die bringen sogar so ein frommes Liedchen ihren Kindern bei. Wisst ihr, was das Coole ist? Was ist das, wenn wir als Eltern das glauben würden? Manchmal solltest du dir selber dieses schöne Weihnachtslied wieder vorsingen. Mein Gott ist so groß. Ich glaube, das ist eines der schönsten Weihnachtslieder, die es gibt. Weil wenn du verstehst, mit was für einem Gott du es zu tun hast, dann hörst du auf zu jammern. Dann hörst du auf, deine Umstände anzubeten. Sondern dann begreifst du, das Geheimnis beginnt, wenn ich lerne, meinen Blick auf den zu richten, für den es kein Problem gibt, dem alle Dinge möglich sind. Und hier liegt ein Geheimnis. Im zweiten Chronikerbuch, 20. Kapitel, gibt es eine Riesengeschichte. Da gibt es ein Volk, das nennt man Israel. Und die werden von Feinden bedroht. Und jetzt betet der König. Und wenn der König betet, übrigens, so löst man Probleme. Man fängt an zu beten. Und dann holst du dir die Lösung, indem du Gott fragst. Ist übrigens bei Krankheiten auch so. Wenn dir deine Diagnose nicht gefällt, such dir eine zweite Meinung. Deswegen beten wir und fragen den Chef. Stimmt's? Nicht, weil wir Ärzte nicht mögen, sondern wir suchen uns eine zweite Meinung von einem größeren Spezialisten. Das ist der Grund, warum du betest. Du suchst dir die zweite Meinung. Lass mal gucken, was der Chef darüber denkt. Und dieser Mann ist Joschafat. Und er sucht sich die zweite Meinung. Und der Chef sagt zu ihm, hey mein Freund, ich habe für dich die Gewinnerlösung. Und die Gewinnerlösung geht, die Feinde sieht folgendermaßen aus. Zuerst schickst du die Musikanten nach vorne und danach kommt die bewaffnete Armee. In dem Punkt spätestens hätte ich als Lobpreiser meinen Job zur Verfügung gestellt. Ey ehrlich, du kannst das als Keule gebrauchen, ja. Aber wenn einer mit einem Panzer auf dich zukommt, ist das eine hoffnungslose Übung. Und ich weiß nicht genau, was die Lobpreiser sich gedacht haben. Ob sie überhaupt was gedacht haben. Das ist ja nicht grundsätzlich für Lobpreiser so, ja. Aber in der Situation habe ich mich das ernsthaft gefragt. Du siehst wieder hunderttausende Feinde angerückt kommen. In voller Kampfmontur. Und du kommst mit der Harfe. Pring, pring. Ja, ey, Leute. Wen willst du auf den Arm nehmen, ja. Und ich weiß nicht, ob die Feinde sich tot gelacht haben, aber irgendwie hat es funktioniert. Das ist so irre, weil das überhaupt nicht unserem Erfahrungshorizont entspricht. Also normalerweise muss man Waffen gegen Leute einsetzen, die bewaffnet sind. Und Gottes Strategie ist anders. Er sagt, Leute, ihr habt das noch nicht verstanden. Du kämpfst letztlich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern du kämpfst gegen Mächte des Finsteren. Und gegen übernatürliche Mächte musst du übernatürlich kämpfen und nicht bei deiner Begrenzung stehen bleiben. Das ist der Grund, warum Gott dich lehrt, Lobpreis zu gebrauchen. Das ist das Geheimnis. Du kannst immer bei deiner menschlichen Sichtweise stehen bleiben, bei deiner natürlichen, verstandesmäßigen, genauen Analyse des Problems. Und das bringt dich keinen Meter vorwärts. Oder du entscheidest dich irgendwann und du springst auf Gotteslösung. Und du sagst, Herr, ich fühle mich nicht nach Lobpreis. Also soll ich euch was Ehrliches sagen? Ich fühle mich auch nicht nach Lobpreis. Nicht immer. Außer bei Gehaltserhöhungen und so. Nee, ehrlich. Das ist doch klar. Und wenn ich höre, damals war das so, einer meiner Kinder hat Krebs. Hey, da fühle ich mich nicht nach Lobpreis. Aber ich habe eine Sache begriffen. Wenn ich jetzt nicht preis, dann brauche ich nachher nicht mehr preisen, weil dann sind sie schon tot. Wenn du in der Grube sitzt, überleg nicht so lange mit den Preisen. Weil sonst ist die Grube schon zugeschüttet und du kommst nicht mehr raus. Das ist der Grund, warum die Bibel sagt, wann sollst du ihn preisen? Alle Zeit und immer. Weil Gott möchte nicht, dass du lange in deiner Grube sitzt, sondern er hat den Fahrstuhl schon längst vorbereitet. Du musst ihn nur gebrauchen und rausfahren wollen. Ich habe euch erzählt von meiner peinlichsten Fahrstuhlerlebnisse. Ich war in einer Großstadt und ich war zu spät. Und plötzlich fällt mir ein, dass ich mein eigentliches Predigtmanuskript vergessen habe. Und ich rase wieder zurück, nehme den Fahrstuhl, rase hoch, hole mein Zeug, springe in den Fahrstuhl, will runter. Das Ding fährt runter und öffnet sich nicht. Ey, wenn du richtig Zeitdruck hast und der Fahrstuhl öffnet sich nicht. Es gibt so Situationen, die sind nicht schlimmer. Und hätte ich einen Vorschlaghammer gehabt, ich hätte das ganze Ding auseinandergelegt. Aber weil ich glücklicherweise keinen hatte, habe ich meinen Schuh genommen und meinen Fuß. Und dann staunst du, was so alles für Worte plötzlich dir wieder einfallen aus den alten Zeiten. Es ist erstaunlich, wozu man plötzlich wieder fähig wird. Hey, und während ich mich da wirklich an diesem elenden Gerät abarbeite, höre ich plötzlich Stimmen hinter mir. Ich dachte, ey, jetzt ist alles zu spät, ich bin völlig überarbeitet, ich höre schon Stimmen. Und die Stimmen sagen zu mir, drehen Sie sich mal um. Und ich drehe mich um und dann stehen da so elf Leute, völlig verschüchtert. Und ich merke plötzlich, Mist, das ist so ein Fahrstuhl, wo beide Seiten aufgehen können. Es war absolut meine Katastrophennummer. Ich kann dir sagen, da betest du im Auto nur, hoffentlich ist keiner von denen heute im Gottesdienst. Da brauchst du nichts mehr als Pastor, da bist du durch für die nächsten Jahre. Aber wisst ihr, was ich da verstanden habe? Da habe ich wirklich was gelernt. Da habe ich was begriffen. Wenn du denkst, dass der Weg vor dir nicht offen ist, ist es manchmal gut, sich einfach umzudrehen. Die Bibel nennt Umkehr Buße. Manchmal musst du dich wirklich umkehren und sagen, Gott, ich habe das mit meinem dicken Kopf und mit meiner Unversöhnlichkeit und mit meiner Bitterkeit und mit meinem Gejammer. Das mache ich schon zehn Jahre und es hat noch keinen Erfolg gezeitigt. Herr, vielleicht ist Zeit umzukehren. Vielleicht ist es Zeit, wirklich zu drehen und zu sagen, hey, Gott, wenn du sagst, ich soll dich preisen, zur Zeit und zur Unzeit. Wenn du sagst, die Lösung besteht darin, dass du die Lösung schon hast, aber ich lernen muss, mich auf dich zu konzentrieren, um diese Lösung abzuholen und Lobpreis ist der Weg dahin, Herr, dann fange ich an, dich zu preisen. Und du entscheidest das, ob du in der Grube sitzen bleiben willst oder ob du den Fahrstuhl gebrauchst und rauskommst aus der Grube. Gott hat durch Lobpreis dir einen göttlichen Fahrstuhl geliefert, aber du entscheidest das. Einer meiner schönsten Erlebnisse, ich war ein Friedrichshafen Pastor, war eine Dame, die über Jahrzehnte depressiv und krank war. An dieser Krankheit ist ihre Familie schier zerbrochen. Und ich war ein total junger Pastor, ich hatte keine Ahnung, was man mit Menschen macht, die psychisch richtig Mühe haben und die immer nur im Tal sitzen. Ihr Mann war, er war der Schaffer schlechthin, Fliesenlegermeister, der hatte alles im Griff. Und sie kommt eines Tages zu mir und sagt, Matthias, du erzählst immer, dass Gott uns Sieg gibt. Was muss ich machen? Ich weiß nicht genau, ich habe versucht in der Bibelschule aufzupassen, aber als das dran war, habe ich irgendwie geschlafen oder das kam gar nicht dran. Ich hatte keine Ahnung, was ich der Frau sagen sollte, zumal die doppelt so alt war wie ich. Alles, was ich wusste, war, dass in der Bibel steht, dass wenn du aus der Grube rauskommen willst, die Bibel gesagt hat, du sollst anfangen, den Herrn zu preisen. Und ich habe zu ihr gesagt, Inge, es gibt für mich keinen schlauen Ratschlag, außer fang an Gott zu preisen, jeden Tag eine Stunde. Das klang jetzt nicht besonders toll. Ich fühlte mich jetzt irgendwie auch nicht psychologisch besonders reif. Und seelsorgetechnisch hätte man das wahrscheinlich auch noch besser verpacken können. Aber ich wusste es nicht besser, weil das war das, was in der Bibel drin stand. Eines Nachmittags bin ich unten bei uns im Gemeindehaus und es gibt so komische Geräusche aus dem Heizungskeller. Und ich denke, Mensch, geh mal lieber gucken, bevor da irgendwas passiert. Und ich mache die Tür zum Heizungskeller auf und ich sehe Schwester Inge. Sie läuft im Heizungskeller immer im Kreis und sie preist den Herrn. Gott, du bist so gut. Ich danke dir für meinen Mann. Ich danke dir für meine Tochter. Ich danke dir für die Gemeinde. Danke für unseren Pastor. Danke, dass du mir heute wieder Kraft gegeben hast, diesen Tag zu packen. Und sie gab Gott Dank und Ehre. Eine Stunde lang. Ich habe die Tür nachher wieder zugemacht. Eine Stunde bin ich wieder hingegangen und sie war immer noch da. Innerhalb von vielleicht einem Jahr war die Frau psychisch komplett gesund. Und wenn du heute nach Friedrichshafen in die Freie Christengemeinde gehst, frag nach der Dame, die den Seelsorgeladen leitet und den prophetischen Dienst und du findest sie. Warum funktioniert das? Weil es Gottes Gesetzmäßigkeit ist. Und wenn du willst, dass deine Seele gesund ist, fang an, den Herrn zu preisen. Du stellst uns. Du kannst dich noch 20 Jahre angucken und es wird nicht besser. Aber du kannst Jesus angucken und das Erstaunliche ist, du wirst gesund dabei. Was willst du tun? Heute Abend stehst du hier und du kannst dich an deinem Stolz festhalten. Und du kannst sagen, nee, das meine ich. Was soll sich denn verändern, nur weil ich anfange, Gott die Ehre zu geben? Nee, da gehe ich lieber genauso sauer wieder nach Hause. Herzlichen Glückwunsch. Das war nicht besonders schlau, aber sie dürfen das gerne machen. Und du kannst sagen, ich habe was verstanden. Ich will lernen, im Übernatürlichen zu leben. Ich will lernen, im Übernatürlichen zu leben. Und ich entdecke, dass nicht ich der Maßstab bin, sondern dass Gott der Maßstab ist. Und wenn Gott kommt, macht er dich mächtig und nicht schmächtig. Habe ich gelernt heute. Gott macht dich mächtig und nicht schmächtig. Auf Deutsch, er macht dich stark. Aber wie kommst du raus? Durch Lobpreis. Lobpreis mitten im Sturm. Lobpreis mitten in der Grube. Lobpreis mitten in deiner Krankheitsdiagnose. Lobpreis mitten in deiner Prüfungsangst. Lobpreis mitten in deiner Ehesituation. Lobpreis fängt an, Gottes Möglichkeiten freizusetzen. Ich möchte dich einladen. Die Lobpreiser kommen gleich. Und dann kommst du. Vielleicht musst du sagen, Gott, gejammert habe ich lange genug. Geklagt habe ich auch lange genug. Die Umstände als solche angenommen habe ich auch lange genug. Ich will lernen heute, dich anzubehnen. Ich will lernen zu sagen, Gott, du bist größer als meine Krankheit. Gott, du bist größer als meine innere Not. Gott, du bist größer als meine Angst. Gott, du bist größer als meine Zwänge. Gott, du bist größer als all meine inneren Vorbehalte. Gott, du bist größer als alle meine Zweifel. Gott, du bist größer und du besteigst diesen Fahrstuhl nach oben und der Heilige Geist kommt und er setzt dich frei. Das kannst du machen, wenn du auf deinem Platz bist und wenn du sagst, ich brauche jemanden, der mir Gottes Kraft und Gottes Segen zuspricht, dann kommst du nach vorne, das ist auch in Ordnung. Aber jetzt kommt der Punkt, wo du aus deinem Boot raussteigst und in das Übernatürliche einsteigen kannst. Jetzt kommt der Punkt, wo du aus dem Zuhörer und Zuschauer zum bewussten Überwinder wirst. Jetzt kommt der Punkt und Gott ist hier mit seinem Heiligen Geist. Das war sein ganzes Anliegen heute, dir diesen Punkt klar zu machen und dich zu einem Überwinder zu machen, dich zu jemandem zu machen, der sich drüber wegsetzt. Mitten im Sturm.